Sohst du einen neuen Weg, um dich regelmäßig aber auch in stressigen Situationen zu erden? Du beobachtest dich selbst oft, wie du hektisch durch den Alltag rennst. Außer Atem kommst du nicht zur Ruhe? Yogisches Atmen, auch als Pranayama bekannt, ist das vierte Glied des Yoga. Diese kraftvolle Praxis ist eine der wichtigsten im Yoga, weil sie sich mit Pranayama und Lebensenergie befasst. Bei jeder Atemübung reinigen wir den Körper, indem wir ihn buchstäblich mit mehr Sauerstoff füllen. Was unser Blut und unsere Lebenskraft bereichert, indem wir den Atem regulieren, können wir die Geschwindigkeit des Herzens steuern und den Geist beruhigen, wodurch wir bewusster, mit dem Geist verbundener und voller Glückseligkeit sind. Atmen hilft uns, wieder zur Ruhe zu kommen, um ganz bewusst in uns hinein zu hören. Eine konsequente Pranayama-Praxis hilft dir, dich mit deinen physischen und meditativen Praktiken zu verbinden und die Vernetzung, alle Dinge zu spüren. Entwickle ein neues Verständnis dafür, was es bedeutet zu atmen. Diese Pranayama-Praxis soll eine bewusste und freudige Beziehung zu deinem Atem aufbauen. Du verlängerst und stärkst deine Atmung mit progressiven Mustern und geführten Meditationen, die deine Praxis verändern und deine Gesundheit auf und eben auch neben der Matte verbessern. Im Pranayama-Programm erlebst du Verbesserung der Lungenkapazität, der Beweglichkeit des Zwerchfells, Reduzierung körperlicher Spannung und Angstzustände, Anregung ihrer Kreativität und Inspiration. Lass einen gesunden Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis für dich und deine Kunden werden. Fange gleich an.